Hallo der Rion, schüttelst wieder, so hat's zu bevor wir lief. Wie macht man jetzt dieses Scheißbatterie-Dings da irgendwie fertig? Jetzt hoff ich mal, dass der Werkzeugschmied da mal fertig wird. Und dann macht man den gleich ausgefiltert. Und dann, damit wir da jetzt noch irgendwie was angefiltert machen. Ey, das ist echt krass. Mit neuen Eisenwerken bin ich noch gut. Ah, ne, ne, ne. Ich schau, wer der da sinnvoll findet, irgendwie, oder nicht? Das gibt's nicht, schau, die sollen einfach da nichts hinbringen. Weil wir haben mal nicht so wenig Leid. Wir haben mehr Leid, als wir brauchen. Ich geh den Bild für... Wartum, in das für Wartum. Als wir da noch nicht, sind wir da unten. Das ist schon echt krass. Wartum? Nee, das ist schon krass. Warum? Wie läuft das Ding da? Wartum? Wartum? das ist alles da, wir haben genug Leute, was ist euer Problem? Vor allem hätten wir bloß nur 7 Leute, die frei waren. Das ist ja egal an sich. Was müssen eigentlich genug Leute da sein? Das ist ja echter Witz, es ist eigentlich genug Leute da sein müssen, die wo das war können. Wenn ich nicht alles fertig stehen kann, außer die Dose brauche, die neue ist auch nicht. Da ist ja die Insel auch noch, gell? Das muss ja eigentlich inzwischen ein paar tiefer Bosse sein. Wieso haben die Batterien da? Hä? Warum haben die Batterien da? Hä? Ich habe da niemals Batterien angefordert. Hä? Warum machen auf dieser Insel Batterien? Oh, ich checke es einfach nicht. Ich muss es essen. Jetzt kommt es da vor. Jetzt kommt es da vor. Jetzt kommt es da vor. Jesus. Wenn ich hier noch nicht mache, dann komm ich auch schon mal raus. Ich habe mal wieder zu Filter, dumm Bahn. Und dann kommt es da vor. Wenn ich ein bisschen rauskomme, dann wird das so gut sein. Okay. Das war eh da, oder? Ja. Wenn man alles da gemacht, weißt du? Ich weh. Mir muss noch 179 aufmachen. Das hat jetzt nicht gemacht. Die sind jetzt nicht gemacht. Also bis das Essen kann ich dann auch noch mal, weil es gibt einfach nichts anderes mehr. Es gibt nur noch das gute Essen. Apropos Werft, wo ist unser Werft eigentlich? Und da. Ich hab mir doch kein Schiffswerft. Und mir die abgerissen und noch nie wieder aufgebaut. Nee, oder? Wo ist Kohle? Ah ja, da können wir... Ah, da können wir nicht. Den da müssen wir ausbauen. Dass der jetzt da unten reinigen kann. Ich fülle mir gerade noch so ein. Dann, wenn das so ist, können wir da herum... Nee, da... 8, 4... 5, 1... Okay, man... Au, den da unten ist. Da, in der hier... Gut, wir können noch drei... Drei 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 Dies Tschüss Tschüss Und den Ding um die Tür Oh Ach das wieder Das ist so nervig Ist doch irgendwie Lotz machen das sitzt Dann machen wir die neuen Und die 5 Dann machen wir die neuen und die 5 Und dann machen wir und dann machen wir 3 Dann machen wir einfach 3 1, 2, 3 Zementometer Zementen in der Listen Unser Haufen läuft es da Zementen haben wir Werkzeuge in dem Making wahrscheinlich Man muss nicht Ich weiß nicht, wann wir kommen Verstehe ich einfach nicht 17 Freiarbeiter Es ist kein Arbeiter zur Verfügung Ist das wieder komplett verarschen oder was? Ach, zum abbauen hat er noch Das müssen wir schon verarschen oder? Das müssen wir jetzt komplett rollen oder? So, jetzt habe ich doch verschmutzt Jetzt kann ich da noch ein Scheiß Ding herbauen Weil der Ohr mehr auf den Kack draufgekaut hat Kann ich da jetzt einen Reiniger herbauen So Das ist ja das Lager her Ich denke So Wir haben Astro Berlinium Und wir haben Geräte Aber Es ist definitiv Genutzt wird anscheinend Ich verstehe es einfach nicht Ich verstehe es nicht So So Wenn wir jetzt da hergehen Auf Achtung Und auf die Sixke Dann kann ich da Strom wieder eischbeißen So Jetzt frag ich euch was die da Strom brauchen Und die Ich verstehe es einfach nicht Warum wird der eine Power oder? Es gibt es doch nicht Wir haben alles da dafür Es wird einfach nicht benutzt Das macht doch überhaupt keinen Sinn Das macht doch überhaupt keinen Sinn Das ist echt faszinend Ich muss ja drücken so auf Ah schon Also ich verstehe es nicht Du hast dort zockt es alles Oh Wenn du jetzt auf L druckt Zockt es wahrscheinlich alles O Ja Ja Zeigt es da alles so Aber wenn ihr anders könnt Geht es mal komplett aufs Ding raus Welche Werkzeugschmiede soll ich eigentlich So schauen Oder Alles Los Das ist das Das ist das Da 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 Ich weiß, was fehlt denn das ist besser. Was ist da? Okay, okay, okay. Wir noch nicht. Das ist doch bei der Linie. Wie eigentlich schon mal da. Okay. Wiederholbar. Oh, das ist da. Wir haben immer noch so ein Film. Wir können nur eins machen. Machen wir nur. Dies. 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 Genau. Sehr gut. Dies. Okay. Gut. Das soll ja normal dann noch und noch schon werden, aber den mit dem Werkzeugmacher, ich weiß es ja nicht. Das noch mal was wird. Jetzt schauen wir dann mal nochmal. Oh, warte mal. Das soll doch schon ein Schutzschädel. Schutzschädel steht schon. Obwohl der Tave die noch nicht gebaut ist. Es funktioniert sogar schon. Loll. Wo ist der Strom? Traumt ihr die ganze Zeit Strom ein oder was? Tatsache. Crazy. Ich hätte jetzt nicht gedacht. So. So. Dörfer. Und. Es wird automatisch mit Strom versorgt. Schutzschild. Oh. Du nötigst Strom erstmal. War da erstmal nur die Frage. Machen wir da vielleicht einfach mal äh. Drohndings. Ja. Wann wir nämlich bloß Stahl herliefern? Nehmen wir zum, wenn wir nicht mal das Stahl haben. Nehmen wir zum, wenn wir nicht mal das Stahl haben. Wohl Importqualität. Wollen wir da hinten einen zweiten Haufen her. Machen wir. Machen wir. Machen wir da. Machen wir. Und Strom hier. Jawohl, ich muss das mal anders streckter kürzer. So, dann machen wir das, und das, und das, und das, und ich habe mir die Safe-Filter und bauen, aber haben wir da schon, einen Moment haben wir da Sandminer, ja, haben wir Glashütten, ja, hackten wir, haben wir da Verschmutzung, ja, hätten wir, ja, da können wir, wie viel Chemiefabrik wir haben, da ist ja eine Unterfrage, da haben wir Chemiefabrik, ja, gut, wir werden gleich mal aus Filtern die herbauen, weiß nicht, warum wir das nicht gleich gemacht haben, da haben wir das nicht gleich gemacht, da haben wir das ist schon sehr gut, besser, okay, Batteriefabrik, Batteriefabrik, Batterie, 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 die haben wir nämlich aus filtern gebaut war mir hier noch mal hier dann muss es da rein zoll zu sagen die haben wir auch schon anders aus diesem grund so darum das ist klar das glas weil wir mit diesem weg Das ist nicht da. Dann reißt es sich nicht ab. Dann druckt rein hier, ob das da ist. Und baut es einfach auf. So. Leiter... Ah, die haben wir noch nie gebaut, deswegen... Du, jetzt lieber mal Vorsicht, selber mal... ... den Reiniger herbauen. Wie das dann auch einmal da heißt, Huuu, da ist... Blablabla. Oh, jetzt brauche ich es drauf. Ne, weiß nicht, ob das automatisiert ist, da ist so viel Sinn noch. Muss doch mal eh mal Batterien da haben. Das war halt einmal wichtig, ne? Das Thema ich baut, wenn... Ja. Wird die gar nicht... Wird da einer... ... der Minotaur senkt sein stolzes Haupt, ... verbeugt sich im Tiefen... ... wie... Du kannst es jetzt holen... ... mit dem Pause-Menü. 32 Jahre vor der Flucht unter die Erde. Luftstangen füllen... ... die duftende Luft. Waldrachen... ... Waldrachen gleiten durch den Wind, ... als wäre es der Ort zu dem Ozean. Der Himmel über dem Camp zieht aus wie ein gleißend heller kosmischer Sturm. Ich folge Stella durch die kleine Menge zu einer Gruppe um sie. Leute fühlt sich blablabla. Ui, das ist lang. Ah, okay. Die brauchen wir so fünf. Ich lese sie jetzt nicht. Wenn sie sich durchlesen möchtest, dann... ... spät sie selber. Ich bin jetzt nicht so... Ich bin doch eher so... ... bauen. Städte bauen. Bei Story bin ich bei Story, aber... Ah, okay. Das passt hier also der Insel. So, wie ich jetzt nicht wusste. Wenn die... Ist doch nur das der Schutzschild, ne? Das wird aber alles jetzt auch geschlossen sein, ne? Ich denke... ... schon. Hey, da... Die Sonne... Ach, das ist die Insel, da wo wir noch erst so weit haben. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob das von olle Inseln ausgeht wird. Oder olle besiedelten Inseln, die wo du hast. Jetzt habe ich mich auch schon gefragt. Weil ich habe eigentlich kaum Bock, da Auffahrt zu gehen. Weil da brauchst du immer ultravolle Kleidung wahrscheinlich. Deswegen... Ah, ich lebe doch mal. Mal sehen, ob das jetzt da alles betut, oder? Okay, ich muss noch fertig bauen. Ob das jetzt noch nicht alles betut? Nein. Okay, man muss jede Insel... Man muss jede Insel bitte... ...schützen. Oder schützen, mehr oder weniger. Okay. Dann müssen wir noch mal schauen, wie und wo es... Also wenn man da ein Schutzschild... Da haben wir ein Schutzschild. Ich soll jetzt auch... ... immer da sein. Ist es immer da? Ist es teils da? Wo ist es da? Ich kann nicht wo. Da fehlt nur... Da, schon geschuldig. Ah, da war das da, wo der Minutau das Ding war. Ich glaube, das stärkste Ding jetzt was geht, gell? Komm, Minutau das. Gut. Gut. Filternt, filternt. Da sind wir noch mal rein? dann kalien soll dann die selbes distors okay okay ich weiß auch immer noch nicht wie man den kraken besiegen das ist auch so was wir haben wir doch mal auf der unterting au buch hat es ist doch nicht kaputt gegangen eigentlich ist das was mich die ganze zeit so wundert ist ganz komisch so so ich hab's nicht mit strom aus einfach wieder nicht strom gebaut Und was hat denn das hier? Und was hat denn das hier? Und das ist nicht gut. Dann machen wir gleich und da Dann brauchen wir nämlich die Sagao noch mal. 8 und die 4 Dann 5 und das, dann mal 5 und das, dann mal da her. Also solange wir das nicht haben, können wir leider nicht Straßen in Auftrag geben. Benzin soll aber nicht das Problem sein. Ich habe doch niemals Batterien geschafft. Haben wir einfach jetzt über die Batterien, weil wir das haben oder? Ich verstehe das nicht. Dann einfach den Wahlschmeichel einmal hier anfangen. Ich weiß gar nicht warum. Was? Mit dem Bauernschmeichel? Selbst diese Person haben sie nie eingebaut. Das sei genau. Funktion ist ungewiss. Okay. Also wenn wir das haben. Dann haben sie jetzt kein Essen nicht. Das ist schon wieder was ich nicht verstehe. Das ist jetzt Essen schon wieder nicht priorisiert worden. Alter, ich krieg echt einen Kotzreiz. Bringt's doch dann mal Essen her. Aber heute ist es wieder fast nicht mehr produziert. Da war ja was. 50. 50. Bäh. Da ist wieder ness. Es gibt natürlich faule Schweine wenn die. Das Ding haben. Da haben wir schon mal gehabt dieses Problem. Oh mir haben mich so zu wissen. Ich bewege mich nie wieder. Alles schon gehabt das Problem. Gut. Leider haben wir jetzt nicht gesehen. wie sie das da auswirkt dann, ja man kann auch das herbauen, aber alles verzögert sich irgendwie, wie man sieht, verzögert sich alles. Ja gut, wir haben ja schon wieder vollkommen drüber halt, also wenn es euch gefallen hat, lasst es auf den Abo oder lasst es auf den Abo, bis morgen, hau'i, diri.